Musik 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 Oh, Scheiße Das hängt hier schon ziemlich lange. Das ist gar nicht fahrbereit. Guckt euch das an. Was soll ich sagen, dieser polnische Penner, der wiegt mittlerweile drei Kilogramm weniger als ich. Und es geht einen Berg hoch, das ist ein Problem für mich. Und dann hat er ein Fahrrad, das ist auch noch mal locker zwei Kilo leichter als meins. Ein Carbon Ding hat er sich gekauft. Das ist echt super leicht, was er hat. Ich habe mir das mal angeschaut. Ja, Mettle Leute, liebe Freunde der Sonne, hier ist er wieder, euer Arthur und mein Vorbereitungsvideo. Ja, also zu mir sage ich ja gleich mal was. Erstmal zu meinem phänomenalen Siegerfahrrad und Gewinnerfahrrad. Hier der, ich habe ihn getauft, Red Jens Killer. So sieht er aus. Hier ist Stil echt, hier in schöner Kulisse. Ich habe da irgendwie so ein, was wie ich meins, ich glaube 9 Kilo oder sowas. Und das von ihm, 9,5 ist meins, glaube ich. Und das, was er da hat, das ist so ein 7 Kilo Rad oder so. Also es wird nicht einfach. Er ist fit und hat 5 Kilo Gewicht Vorteil. Und das bergt auf. Ja, 2015er, 16er Radon Ignite, Ultegra Gruppe komplett. Ein Traum. Fangen wir mal vorne an hier. Also, ja, Ultegra, wie ja schon gesagt, dann hier ein schöner Carbon Chinesen Lenker. Mal gucken, ob der uns gleich um die Ohren fliegt, aber der hat ja schon ein paar Kilometer hinter sich. Dann hier schön rückenfreundlicher Vorbau. Man ist ja nicht mehr der Jüngste. Ein bisschen höher gestellt. Aber der Penner kann nicht Fahrrad fahren. Bin mir ziemlich sicher. Wobei ich bin so lange nicht gefahren. Ich glaube auch gar nicht, dass der Kliggis fährt. Da habe ich einen kleinen Vorteil. Mal schauen, vielleicht kann ich ihn am Berg mit einem anderen platt machen. Natürlich hier für die Männergesundheit. Der Gelsattel mit Aussparung in der Mitte für die Aftershow-Party. Ihr wisst Bescheid. Boah, Leute, ich habe gerade die Schuhe gemacht. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Und ansonsten habe ich noch eine neue Kette drauf gemacht. Aber das ist auch schon etwas länger her. Hier schöne Klickerchen, damit die Kraft sich auch ordentlich überträgt. Neuen Laufradsatz habe ich auch schon länger drauf von Mavic. Sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, damit hat Jens einfach mal Null Chancen. Null Chancen. Ich hänge das jetzt auch erstmal wieder auf. Ich weiß gar nicht, von wem die Idee war. Ich glaube, das war meine Idee. Achtung. Also ich hole das dann wieder runter, wenn ich es auch wirklich fertig mache. Da habe ich jetzt langere Zeit für. Reifensatz Continental 4000. Es ist auch alles sehr, sehr schön. Bisschen älter, porös. Ich sage ja, für Jens reicht es. Und das ist mein Gewinnerrad. Dann wollen wir mal. Sieht man das? Ja. Ich denke mal schauen. Ich habe irgendwo auch noch richtige Monteurshandschuhe. Ich habe keine Ahnung wo. Was habe ich denn damals zusammengebaut? Ich habe meine Rede ja immer selber gebaut. Ich kaufe immer Einzelteile und dann habe ich gebaut. Hier habe ich die Ulti gerade drauf. Ja, ja. Racing Quattro, das sind so Cross-Dinger. Das ist ganz gut. Die habe ich extra gekauft, weil ich hatte schon Gewicht zugelegt. Ich war schon deutlich über 90 Kilo. Dann habe ich mir gedacht, ich kaufe jetzt mal die Cross. Die Laufräder für Cross. Da kann nichts passieren, egal wie schwer ich werde. Mittlerweile bin ich bei etwas über 100. Aber das sollten die Räder eigentlich problemlos mitmachen. Dann hauen wir da mal Luft drauf. Und dann haben wir jetzt schon bei mir. 1. 2. 3. 7. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. Musik 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 Schreie Poser 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 Ich habe versucht die Speichen zu klauen. Das habe ich gesehen. Das trainieren die. Die holmische Nationalmannschaft, das übt die. Am Berg bis Tempo 20. Ich glaube die Speichen während der Fahrt. Oh Gott ey. Oh Gott. Das habe ich echt schon lange nicht mehr gehabt. Oh Gott. Schöne Hügel haben uns aufgeholt. Was für eine Scheiße hier war das? Gott meine. Danke. Ich trinke ja kein Alkohol. Danke. Es war großartig. Es war großartig. Es ist eine große Ehre zu sein. Danke an unsere Sponsor, Cremant de Bourgogne, für diese wunderbare Rennen. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen. Live-Subscribe. Ich habe eine Diät gehabt aus Kuchen und Kippen. Das nächste Mal würde ich jetzt wahrscheinlich den Kuchen weglassen. Das geht doch ein bisschen auf die Lunge her. Ja, ich habe viel gegessen. Vorhin auch nochmal, damit ich ordentlich Energie habe fürs Rennen. Irgendwie hat es nicht so geklappt. Ich könnte jetzt zwar nochmal hochfahren, aber ich glaube ich könnte nicht viel schneller fahren. Ich bin halt einfach nicht mehr so trainiert, wie ich das mal war. Aber das nächste Mal. Wir wiederholen das. Irgendwann im Herbst. Im Herbst machen wir es nochmal. Und dann mit Publikum. Ja, ansonsten meine Strategie war ganz klar Blitzkrieg. As fast, as hard as I can. Und ja, da war ich dann auch tot danach. Aber ich muss sagen, es ist nett hier. Nette Atmosphäre hier auf dem Müggelbergring. War sehr angenehm. Und ja, ich danke den Veranstaltern für dieses großartige Rennen. Danke Gott. Ja, den Sponsoren. Danke Megadeth. Und ja, Gott, meiner Frau, meiner Freundin, meinem Diller. Ja, das war gut. Danke Lauterbach. Das ist ganz wichtig. Das war schön. Er hat mich immer wieder motiviert, in schweren Zeiten weiterzumachen, am Ball zu bleiben. Ja, auch für euch. Jens war auf jeden Fall mein Angstgegner, muss ich sagen. Also bei anderen hätte ich kein Problem gehabt, aber puh. Ich bin einfach zu fett. Ich bin nicht schlecht und einfach noch zu fett. Ich habe mich auf die Waage gestellt heute früh und ich war über 101. Oh. Ich verstehe das gar nicht. Oh. Ja, ja, gut. Das Fahrrad ist auch schwerer. Ich glaube, Systemgewicht bin ich mal locker 6, 7 Kilo oder so. Habe ich mehr. Vielleicht hat sich das tatsächlich gemerkt. Ja, vielleicht, vielleicht. Who knows. Ja, who knows. Ja, gut. Aber das wird sich ändern. Im Herbst gibt es die Revanche. Gut, danke. Danke.